Die Wobau Wismar präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps auf Wismar TV. Ihr Zuhause in Wismar. Gut und sicher wohnen. Am Tag der Ausbildung am 7. November haben Jugendliche und Interessierte die Möglichkeit, bei Rundgängen direkte Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsstätten der Hansestadt Wismar zu bekommen. Außerdem können Sie sich Tipps rund um die Bewerbung geben lassen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Stadtwerke Wismar laden wieder zu den Novemberlichtern ein. Am Freitag und Samstag, 8. und 9. November, startet jeweils um 19 Uhr die Lichterstadtführung vor dem Tormannspeicher am Alten Hafen. In diesem Jahr geht es dann in Richtung Kundencenter Stadtwerke an der Ladestraße und weiter zur Schweinsbrücke und zur St. Nikolai-Kirche, wo den Besucherinnen und Besuchern Feuerkunst präsentiert wird. Familientipp! Am 9. November von 15 Uhr bis 17 Uhr findet das große Lampion-Basteln im Zeughaus Ulmenstraße 15 statt. Im Rahmen der Präventionswoche Cool, Clever, Clean ohne Alkohol und Nikotin heißt es am 5. November, fragt die Polizei. Von 15.30 Uhr bis etwa 16.30 Uhr geben Präventionsberaterinnen und Berater im Filmbüro Wismar Einblicke in aktuelle Betrugsfälle und wie man sich davor schützen kann. Spannende Fragen zum Thema Im Altersicher leben werden beantwortet. Interessierte Seniorinnen und Senioren sind zu dieser Gesprächsrunde eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Tell me your story. Miteinander statt übereinander reden. Das können Sie am 7. November ab 17 Uhr im Schabbelhaus in Wismar. Wer die kommenden dunklen Tage ungern allein verbringt, hat an diesem Abend die Gelegenheit, eventuell neue Menschen kennenzulernen und gemeinsam Interessen zu entdecken. Das Schabbel freut sich auf spannende Geschichten von in Wismar verankerten Menschen, zurückgekehrten und neu ankommenden aus verschiedensten Teilen Deutschlands und der Welt. Jeden ersten Donnerstag findet dieses Treffen statt. Es gibt warme und kalte Getränke und Snacks. Für Kinder wird eine Beschäftigung angeboten. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung offen.